Hallo, hier ist der Jan, ich grüße euch wieder mal auf meinem Kanal. Zur Einleitung wollte ich mal etwas sagen zu meinem Kanal, zu meinen Videos, die ich in Zukunft bringen möchte. Ich habe mir schon überlegt, was soll ich kurz erzählen, vielleicht ein paar einleitende Worte. Ich wollte eigentlich etwas bringen über meine Hobbys, kochen, backen, reisen, wandern und auch Gartenarbeit. Und das erste Video, was jetzt kommen wird, handelt es über Gartenarbeit, Aufsitzmäher, Hochgrasmäher. Das werden wir als erstes dann mal bringen. Und weil heute auch gerade so ein schönes Letter ist, tatkräftig wird mich meine Tochter Evi unterstützen. Sag mal Hallo. Hallo. Und ich denke mal zu zweit kriegen wir das ganz gut hin und werden euch in Zukunft ein paar Videos präsentieren. Ich freue mich immer über Anregungen, Fragen, Diskussionen und man lernt ja nie aus. Ich bin immer dankbar für die Hinweise. Also, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Euer Jan. Tschüss.